Sie hören Ellen Berg. Willst du Blumen? Kauf dir welche. Gelesen von Tessa Mittelstädt. Erschienen bei Aufbau Audio im Aufbau Verlag. Lena Hagedorn liebte Bücher über alles. Sofern man das richtige Gespür für Gedrucktes hatte, konnte man einfach nicht enttäuscht werden, so ihre feste Überzeugung. Bücher hatten keine Launen, keine schlechten Angewohnheiten, keine nervigen Kumpels. Sie waren zuverlässige Gesprächspartner in allen Lebenslagen und rund um die Uhr verfügbar. Mal ehrlich, von welchem Mann konnte man das alles schon behaupten? Bücher gingen sogar widerspruchslos mit einem ins Bett, wenn man das Verlangen danach spürte. Und sie meckerten auch nicht rum, wenn man erst im Morgengrauen die Leselampe ausknipste. Männer hingegen … Och, lassen wir das. Viel zu kompliziertes Thema. Und vielleicht einer der Gründe, warum Lena ihre wahre Liebe zum Beruf gemacht hatte. Seit zwei Monaten führte sie nun schon die kleine Buchhandlung Lenas Leseparadies, und noch immer fühlte es sich an wie frisch verliebt. Auch an diesem verregneten Freitagnachmittag überwältigten Lena wieder Glücksgefühle. Fast zärtlich betrachtete sie ihren neuen Wirkungsort, die Wände leuchteten in ihrer Lieblingsfarbe Himmelblau. Bücherregale, Tische und der Verkaufstresen waren in weiteren Blaunuancen darauf abgestimmt. Als Farbtupfer diente eine gemütliche Leseecke mit fünf Sesseln in fröhlichem Sonnengelb, wo die Kunden in Ruhe schmökern durften. Kleine Halogenleuchten mit kobaltblauen Schirmchen, eine chromblitzende Espressomaschine sowie zwei blassblaue Hortensien rundeten die Einrichtung ab. Dazu ließ Lena dezente Hintergrundmusik laufen, am liebsten Mozart. An Regentagen auch Chopin. Oder Michael Bublé. Und natürlich gehörte Dewey zum Laden. Das Beste, was Lena jemals passiert war. Schon seit drei Jahren fungierte der rötlich-braun getigerte Kater als ihr treuer Gefährte und Depressionsbetreuer in Personalunion. Lena hatte ihn nach jenem legendären Dewey benannt, der einst als Bibliothekskatze zu Weltruhm gelangt war. Eine herzwärmende Geschichte. In der Stadtbücherei von Spencer im amerikanischen Iowa fand man eines Tages ein winziges verwahrlostes Kätzchen in einer Bücherkiste, als blinden Passagier einer Buchspende sozusagen. Die Mitarbeiter päppelten das Kätzchen auf, bis es zu einem hübschen Kater herangewachsen war. Hunderte Leser beteiligten sich an einem Namenswettbewerb und so erhielt der Kater den Namen Dewey. Man erzählte sich wahre Wunderdinge über ihn. Es hieß, er habe ein untrügliches Gespür für Menschen gehabt, traurige Besucher aufgemuntert und mit gelangweilten Kindern Verstecken gespielt. Die Bibliothekarin schrieb mehrere Bücher über Dewey und als passionierte Katzenliebhaberin hatte Lena sie natürlich alle verschlungen. Ihr eigener Kater machte seinen berühmten Namensvetter alle Ehre. Er spürte immer ganz genau, wie es einem Frauchen ging. Hockte Lena grübelnd hinter dem Verkaufstresen, brachte er sie mit absurden Sprüngen über Bücherstapel hinweg zum Lachen. Wirbelte sie hyperaktiv durch den Laden, blinzelte Dewey sie indigniert an, als wollte er sagen, alles Piano, schalt mal in Gang zurück. Auch auf Kunden reagierte Dewey mit äußerster Feinfühligkeit. Er wusste einfach, wem er schnurrend um die Beine streichen durfte und bei wem er sich lieber ein bisschen zurückhielt. Alle mochten ihn. Manchmal wusste Lena gar nicht, wem ihre Stammkunden eigentlich einen Besuch abstatteten, ihr oder Dewey. Aber letztlich spielte das keine Rolle. Dies war ein Laden mit Seele. Einer warmen, liebenden Seele. Ein echtes Leseparadies eben. Allerdings hatte Lena die Erfahrung machen müssen, dass der Pfad zum Paradies tückische Weggabelungen aufwies, bei denen man nur zu leicht in Sackgassen geriet. Mit Mitte zwanzig hatte sie ihre Buchhändlerlehre geschmissen. Einfach so, aus Davke. Zu viele Flausen im Kopf, zu viel naiver Lebenshunger. So war sie aus ihrem kleinen Heimatstädtchen in die nächstgelegene Großstadt gezogen. Zehn Jahre hatte sie dort verbracht. Eine hektische, atemlose, verrückte Zeit. Nur zu rasch hatte sie sich eingestehen müssen, dass all ihre hochfliegenden Wünsche und Träume in einem Chaos aus Gelegenheitsjobs und Teilzeitaffären gestrandet waren. Eine ernüchternde Bilanz. Dennoch